Willkommen bei der Kombination 4. Legen wir gleich los. Geh in die 4-Point-Stands und lerne folgende Kombination. Wir beginnen mit Firma Cross. 1, 2, 3, 4. Wir kommen zu Front Knee, Front Kick. Front Knee, Front Kick. Dreh um 90 Grad. Knee, Uppercut, Knee, Side Kick. Nochmals. Knee, Uppercut, Knee, Side Kick. Und zurück. Beachte bei dieser Kombination folgende Punkte. Die Schulter und Hüfte werden gut ausgedreht. Der Rücken bleibt gerade. Der Körper soll immer die gleiche Höhe behalten. Schwanke nicht hin und her. Achte auf deine Körperhaltung. Der Kick soll den Gegner voll frontal treffen. Beim Uppercut Körper gut ausdrehen. Den Gegner beim Kick anschauen. Und zurück. Und nun mit Zählung. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und zurück. Und nun bist du dran. Viel Spaß mit der Kombination 4.